ok meine freunde ich stelle vor mein fahrrad das ist das fahrrad habe ich sie selber gebastelt ich habe das fahrrad jedes teil zusammen gebaut also das ist keine gekaufte fahrrad sondern nur per teile habe ich gekauft habe ich den rahmen laufrad und alle teile stück für stück gekauft dann habe ich sie auf einmal zusammen hinzugefügt bis das fahrrad fertig ist also zers zägois diese sattel avis und es er santo es er sille royal Und von SR Santor, der Federsattel, die habe eine separate Video gemacht, wie man das mag. Und von Busse Müller, Brake Plus, wenn man bremst, leuchtet diese automatisch hell. Und von SKS Schutzblicks, Continental Reifen, und diesen Motor habe ich von Leon Cycle gekauft, das ist ein Kit, inklusive das Batterie, oder der Akku, und diese Akku hat ein, äh, eingebautes Controller, und kontrolliert, in diesem DAS Kit. Display. Und, äh, das ist auch von SR Consilio Royale. Das ist ein Satz. Dies, und dies. Und, äh, dieser Rahmen, habe ich auch von eBay erworben, eine Parade, äh, laden, eine, habe ich diese mir als, äh, so, pass 200 Euro gekauft. Dann habe ich, dann habe ich ein Lock, hier gemacht, gebohrt, so dass alle Verkabelung, entlang diese, äh, unter Rohr, bis unten, hier, er, verkabeln kann. Und, diese, habe ich auch, extra gekauft. Und, das, die Ketten, sind alles. Die sind zwar keine Markenprodukte, kann nur sagen, die sind aus China hergestellt, aber, es geht. Ist genauso wie die Markenprodukte, nur, dass diese, wie gesagt, in China hergestellt, aber, die hat auch eine gute Qualität, wie die Markenname, oder, namhafte, äh, äh, Pirmen. Okay. Und, diese Ritzel, das sind Zinn, Zinn Gänge. Und, diese Ketten, vergoldet. Diese auch. habe ich installiert. Und mit, äh, Shimano Alibio auch. Und alles. Pass, gold rot. Und diese, äh, shifter hier. Und diese, äh, äh, Batterie oder Akku, ist 36 volt, 14 Amperestunden. Er hat eine Panasonic, Seelen. Und, normale Basis, dieser Rahmen ist, äh, mit einem Shimano, dreimal sind, ginge, aber, nicht. es ist, es ist aber nicht, muss. Es ist nur ein Rahmen. Deswegen habe ich nur, hier, einmal, sind, vorne ist, einmal, hinten ist, einmal, ginge. hier. Und hier, hier, hier ist eine, also, das ist eine 26 Sol Parade. und hier ist ein, Epexon, von SR Santor. Aber, das ist mit, Loup Gabel. Das ist ein Loup Gabel. so. Das ist hier. Mit, äh, Lockout. Kontrolliert von diesem, Schalter hier. Und, hier. Hier. Und, Hier. Und, hier. ein Frontless. Aber, Batterie betrieben, direkt von Akku. Und, diese, von Büssel & Müller. Betrieben von, Frontdynamo. Hier. Und, wie Sie sehen, die Bremse. Das ist auch genau, wie, Bremse, von meinem, Pad Bike. Aber, nur, diese, 180 Millimeter, Diameter Bremse. Mit, Shimano. Hydraulische Bremse. Und, habe ich, von, diese, spezielle, hydraulische Kabel, hier. umgebaut. Das war, eine schwarze, Kunsttop, hydraulische Kabel. Aber, ich habe sie, mit diesem, Schlauch ersetzt, für die, beide, Bremse. Und, das ist die, Shimano, Schipter, Alibio. Und, das ist die, Shimano, direkte, Shimano, hydraulische Bremse. Wie, ihr seht, das ist ein Magnet. Bremse. das ist ein, Bremsabschalter. Oder, Motorabschalter. Wenn ich, diese, Druck, dann, schaltet der, Motor aus. Also. So. So. Nochmal. hier. hier. Vorbau. Das ist eine, von Ergotek. Und, hier. Vorbau. Das ist eine, Batterie. Da kann man hier, rein und ausschalten. Jetzt. so. Und, dieser, Rahmen, ist eine, Hydroform, Rahmen. Hier sitzt, Hydro Tube System, von Leatherbox, Sport Series. Gut an diesem Rahmen. Diese nicht von Kinder hergestellt, sondern, hier. Das ist in Europa hergestellt. Wenn ich nicht Ehre, das ist von, Tchikoslobakei hergestellt. Weil, Leatherbox, ist eine, Tchikoslobakei, oder, Tschechische Pirmen. Die bauen auch, Pareder, mit ihrem, mit diesem Namen. Alles aus, Tschechen. Also. Hier steht, Model, Cross Country. Das sind alle die Perkabelung. Er ist. Hier. 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 Und, hier ist die, die bin, ist wieder. Immer gerne, Halt. Und, hier habe ich auch, alles extra. Dieser Rahmen, ist, von hier, bis da, ist, also, 18 Zoll. Und, hier, ist, die Bremse. Die Bremse, gleiche wie vorne, ist auch, 180 Millimeter. Das ist, wieder das, der Shimano, Bremse. Die Rollse Bremse. Und, dieser, Gepäckträger hier, ist, äh, ist, nur, für, äh, Rahmen, mit, äh, hydraulischer Bremse. Oder, Diss Bremse. Gedacht. Wegen, seine, sein Porn. So. Ja, das ist, so. Jetzt, schauen wir mal, oben, Taktik. Taktik. wir schauen wir mal, an. Diese habe ich auch mit, äh, elektronischen Klingeln, gebaut, installiert. Und, da ist, das, Alibio, Schalter. Und, dies, ist, äh, und, schaut mal an. Wenn ich das drücke, dann siehst du. Und, das ist, Licht für Porni. Die obere Teil. Schauen wir, das ist wie eine Art Pollenlicht. Diese, Busse Müller, Dynamo betriebene, Beleuchtung. Hat 80 Glocks. Aber, ist nicht so, so breit. Also, leuchtest breit, auf die Straße. Aber, nicht so, wie die. Diese, beleuchtet, aber, fern. Und, diese, nichts. Deswegen, habe ich das, auch extra, installiert. Weil, das Fahrrad, habe ich, als, äh, also, wenn ich arbeite, ich benutze, diese Fahrrad, bis zum Arbeitsplatz, in, zurück nach Hause. oder, haben, gegärt. Ja, sieht so aus. Das ist, die Lockout. Schauen wir mal, das Ganze. und, die Winkel. vorne. Das ist das Ganze. Vorne. und was noch, das haben wir hier, eine Parkabelung, sonst das Fahrrad läuft super, leise der Motor hat ein 250 watt, aber er fährt stark, hat eine starke, also 40 bis 50 Newtonmeter Drehmoment, aber es fährt schnell es waren nur 25 Kilometer pro Stunde, dann erreicht man so schnell diese ein paar Minuten, nur nicht mal eine Minute, wenn man das so schnell pedaliert, dann diese 25 Kilometer pro Stunde, dass dieses Fahrrad schnell erreichen kann, so in einer Minute, wenn man diese Kurbel hier schnell bewegt, dann 25 Kilometer pro Stunde ist nur in circa eine Minute erreicht, also und dann das Fahrrad langsam zu bremsen, wenn man nicht bremsen, die ganze Sonde, merkt man schon, dass die Fahrrad schon die 25 Kilometer erreicht hat und wird schon langsamer, aber das ist halb normal mit Pedelic, dass dieser Motor kann auch bis 32 Kilometer fahren kann, aber das ist leider in Deutschland verboten, aber die ist nur im Pedelic Bereich, ohne Bürerschein, ohne Schilder, ohne alles und deswegen ist nur als legal das Fahrrad, also wenn man auf die Straße ist, dass die Straße so gelassen hat, kein Tuning, gar nichts, also es waren die höchsten 25 Kilometer pro Stunde von diesem Fahrrad, und das reicht nicht schon, braucht keine mehr, mehr als 25 Kilometer dann ist schon okay, man braucht noch mehr, man braucht mehr Geschwindigkeit, dann die Fahrrad ist nicht mehr, aber mit Hilfe von Posträten, dann erreicht man mehr, aber naja, gut so, der Motor braucht nur für Unterstützung sowieso, 25 Kilometer pro Stunde ist schon okay, man braucht noch mehr Geschwindigkeit, dann diese Fahrrad ist nicht mehr für Pedelic zugelassen, sondern für Speed Pedelic, und das will ich auch nicht, weil der Motor sowieso kann nur bis maximal 32 Kilometer, und man braucht auch zu viel Energie von Batterie, und aber das ist nur möglich, wenn man hier kontrolliert hat, oder eingestellt hat, aber braucht man einen Code, der Code weiß ich auch nicht, ich habe schon der Motor von Lien Cycle damals gekauft, ist schon alles eingestellt, also wie man das schneller macht, ich habe keine Ahnung, ich kann nur von diesem Motor für die ganze maximal 25 Kilometer haben, mehr nichts, und das reicht mir schon, okay, was noch, dann schauen wir mal, dann machen wir das ganze wieder, das Fahrrad bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.